Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Minecraft Season. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Season 1 der BTTR. Back to the Roots. Und mit dem Team ist der Alp. Guten Tag. Hallo. Na, heute wird Poggers, oder? Yes. Das wird richtig Pog. Äh, hier, die Leute machen mit. Freut mich. Einige Leute wieder da, auch wenn jetzt wieder eine kleine Pause gab. Wie immer, könnt ihr selber mitmachen. Einfach in die Videobeschreibung schauen. Da steht alles drin. Äh, Bordergeschwindigkeit wird ein bisschen angepasst. Ist jetzt ein bisschen, na, ein bisschen schneller. Äh, sollte aber trotzdem alles noch komplett im Möglichen sein. Äh, Border ist einfach ein bisschen intelligenter. Äh, ein paar coole Sachen habe ich noch hinzugefügt. Ähm, ich glaube primär noch das Jump'n'Run. Am Anfang, das ist aber für die Zuschauer nicht rundherum, sondern eher für die Join-Phase. Und ich würde sagen, es geht direkt los. Und, äh, willst du mich für meinen Baum suchen? Achso, ah, okay. Ja, nicht, dass da irgendwie was drunter ist. Wow. Oh nein, man kann die Gamma nicht mehr umstellen, ne? Wie wir in Karma gelernt haben. Oh boy. Äh, ich gehe schon mal hier ein paar, äh, Tiere töten. Und gucke dann mal nach, äh, Kühen und Zuckerrohr. Hier ist eine Savanne in der Nähe. Richtung, ähm, Norden. Das ist eine Savanne, da gehe ich jetzt hin. Ist ja die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass da Kühe und Zuckerrohr ist. Oh, hier ist die Border. Uff. Okay. Gehen wir mal lieber in die andere Richtung. Ist da vorne ein Dschungel? Ja, da vorne ist ein Dschungel. Oha. Lass mal da hingehen. Da ist doch bestimmt Zuckerrohr. Ja, da vorne ist Zuckerrohr. Aber Bordergröße ist, ähm, Chip. Okay. Äh, lass mal die Tiere auf jeden Fall. Äh, da vorne ist ein Rune Portal. Willst du da hingehen? Äh, ja, ja. Du hast es gesehen? Nein. Äh, da vorne. Okay. Okay, so siehst du es? Ja. Okay. Gut. Dann gucke ich hier mal weiter nach, äh, Kühen. Und guck du auch auf jeden Fall, äh, ob du noch Kühe findest. Okay, ich habe eine große Höhle gefunden, aber leider immer noch keine Kühe. Hast du schon Kühe gefunden? Nein, nein. Äh, irgendwas Tolles im Rune Portal? Nein. Schade. Was ist, was war denn da drin? Oh, Boot. Oh, Boot. Warte, kann man dem... Boot nicht sogar... Kann man da Bücher und so... Oh, lol. Oh, lol. Was? 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 What the fuck? Was soll das denn bitte? Wow, das ist natürlich super. Oh, Mann. Wow, okay, das war schnell. Ich habe Kühe. Finally. Okay, das heißt, du kannst dich jetzt in die Erde runterbuddeln. Oder halt eine Höhle am besten suchen. Ich gehe mir noch ein bisschen Holz vorher holen. Gehe ich auch in die Höhle, äh, in den Untergrund. Und dann können wir uns, äh, sobald du, äh, unten angekommen bist, bei dir Höhe, äh, können wir mal unsere Kandidaten austauschen. Oh, ich habe einen Geod gefunden. Ja! Was kann man sich denn jetzt cooles hier machen? Oh. Nur ein Fernglas. Ja, okay. Aber hier mache ich meine Base erstmal. Ich habe die ausgefunden. Wow, nur einen? Was? Okay. Okay. Was sind deine Koordinaten? 600. Ich habe mir das. Ich habe mich nicht. Okay. Dann muss ich mich langsam jetzt zu dir bauen. Äh, ich mache aber den guten alten. Einmal eins, Dreck. Aber irgendwer geht an der Border entlang. Alp, was machst du gerade so? Was machst du gerade? Warten. Auf was? Auf was wartest du? Gibt immer was zu tun. Oh. Oh boy. Das ist eine Höhle. Da wäre ich bei einer Tod gewesen. Oh, ich habe einen Mien-Schacht gefunden. Ähm. Den hole ich mir mal eben. So, das sollte eigentlich genügen an Zeugs. Ich gucke nur kurz wegen Chests. Äh. Spontan sehe ich hier nichts. Doch, da ist noch einer. Oh, nice. Okay, ich habe genug Dias. Und Torches. Okay, okay. Dann gucke ich jetzt, wo ein Lavasee ist. Ähm. Also du brauchst ja kein, äh, Zeugs machen für Enchanting Table. Boah, Alter. Boah. Okay, hier ist Obsidian. Hier will ich hin. So. Jetzt. Okay, jetzt können wir schon mal Enchanten. Schon mal gut. Was sind deine Koordinaten? Okay. Ähm. 600 minus 150. Okay. Lass mal bei... Kannst du dich schon mal zu 700, äh, graben? Dann kannst du mir entgegenkommen. Hallo. Ist das dein Ernst? Du trollst, oder? Du hast noch mehr Ausrüstung. Du hast noch mehr Ausrüstung, oder? Oh, Mann, Alter. Was machst du denn die ganze Zeit? Was hast du denn jetzt die ganze Zeit gemacht? Eie. So, hier ist mein Crossbow. Hier hast du schon mal Pfeile. Hier hast du ein Enchant. Hast du Lapis? Nein. Hier. So, da vorne ist die Oberfläche. Lass mir ja... ... an der Lava vorbei. Und dann... Okay, das ist ein Savannenbiom. Ist nicht so super, was, äh, Dings angeht. Aber... Dann kannst du auch Kohle mitnehmen, falls du Kohle brauchst. Ich hab noch vier Stück. Dann kannst du nämlich dir gleich Rüstung machen. Während ich nach Goldäpfeln suche. Okay. So, irgendwo schon jetzt ein Apfel gedroppt? Äh, zwei Äpfel. Okay, kannst du geben? Schnell, schnell, schnell. Okay, klar. Wo ist meine Crafting Bench? Achtung, ihr Creeper, ne? Hast du... Creeper, Creeper! LOL! Was war das denn für ein Scam? Okay. Oh. Äh, hast du noch, äh, Gold? Ja? Nein. Okay. So, dann, ähm, heißt es jetzt so langsam... Da vorne ist noch ein Goldapfel... Äh, noch ein Apfel. Und wäre jetzt mein Vorschlag, wir gehen Richtung 0-0. Äh. Sneaken. Da vorne. Da vorne, geppen. Da ist Alex. Den holen wir uns. Schießen, schießen, schießen. Äh, ich crafte und stelle ein Boot. Rein. Nein. Weißt du, wo er lang ist? Hast du ihn gesehen, wo er lang ist? Rein. Okay. Hm. Vorne muss irgendwer sein. Wir sind wieder... Anzeichen von... Ja, es geht, also... Da vorne. Da ist er wieder. Ne, es ist Mevo diesmal. So, kommen sie ran. Okay. Okay. Oh boy. Craftet ihr gleich ein Boot? Komm ran, 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 ran. Okay, wir vorhin... Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Das funktioniert nicht. Okay, schnapp dir das Boot, schnapp dir das Boot, schnapp dir das Boot. Okay, hoch, 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 den Berg, hoch, den Berg. Weiß ich ihn nicht mehr. Damn. Wo bist du? Ich bin im Dorf. Ich bin im Dorf. Hey, du hättest mich grad gesehen. I mean, so weit können die ja alle nicht mehr sein. Ich müsste eigentlich gleich schon losgehen. Lass mich nicht durch den, äh, Eichenwald. Da würde ich als nächstes gucken, ob ich... Da vorne. Da ist Patrick. Ins Boot, ins Boot, ins Boot. Bin ich im Boot. GG. Oh boy. Okay, let's go. Irgendwas sinnvolles. Das Dierschwert würde ich mir... Mach ein Knockback. Maaannn! So, äh, mein Instinct hat mich geleitet. Das hat uns zu Patrick geführt. Mein Instinct sagt, hier muss noch wer sein. Irgendwo im Wald. Und farmt Äpfel. Ah, guck mal, das hier ist schon mal... Okay, nee, das sind die Schafe gewesen. Irgendwo im Wald hier. Irgendwo. Versteckt. Ja, er versteckt sich vermutlich. Ah, hier. Da vorne, ja. Schon wieder. Ich hoffe, du hast das Boot jetzt equippt. Oh ja, nicht gelernt. Mann, was machst du denn? So. Go, Alex! Ach, ich brauche mal ein Boot. So. Wir sind bei, äh, 100 minus 150. In der Richtung. Ah, ich sehe nicht. Die Reichweite ist zu gering. Ah, du siehst mich. Okay, gut. Da vorne! Da wird gekämpft. Oder? Nee, das ist ein Team. Das ist ein Team. Go. So. Da vorne. Wasserfall. Hier lang. Hier unten sind die. Die laufen nur in den Berg herum. Glaube ich. Oder? Ja, die müssen ja irgendwie um den Berg hier laufen, oder? Okay, Dunser anscheinend doch nicht. Hä, wo sind die denn dann? Abgebogen? Oder es liegen die sich dann alle weg? Nervt euch jedenfalls, dass die Reichweite so gering ist. Das müssen wir ändern. Da vorne! LOL! Sie gehen ins Endportal! Was? Was? Oh boy. Oh boy. Wollen wir? Nein. Nein. Also, wir hätten das Zeugs dafür, oder? Nein, nein. Aber wollen wir, dass die gewinnen? Die können nicht sterben. Glaubst du? Ja. Glaubst du echt? Ja. Oh boy. Oh boy. Ich überlege. Ja, die können uns halt Bettbomben, ne? Das wäre halt auch noch. Sowas. Was ich halt sehe. Was? Wow. 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 Okay. Cool. Wow. Cool. Wow. Moment, was machen die am Spawn? Was geht da ab? Komm mit. Da. 360. Achtung, der wird kämpfen. Ah, weiß ich nicht, ob der kämpfen wird. Oha. Er macht die Strat. Alter, warum Discord? Oh. Du kannst boost mich. Oha. Komm ran, Alex. Warte. Hat sich eingebaut, der Sklaven. Ja. Was? Hat sich eingebaut, der Wildstern. Wow. Okay. Vor allen Dingen, Discord die ganze Zeit immer, äh, du bist im Streamer-Modus, wir machen jetzt nix, wir schicken dir keine Benachrichtigungen, wenn ich vor allen Dingen nicht aufnehme. Und jetzt, bevor ich aufnehme, hier, wir schicken dir einfach alle Benachrichtigungen, die hier reinkommen. Und dann darf ich dir jetzt alle nachschauen, ob die in Ordnung sind, weil da steht eine Wasserflasche im Weg. Äh, ich laufe vor allen Dingen die ganze Zeit hier mit Dings rum, ne? Mit Gravel in der Offhand. Äh, da ist Mewo. Ja, und er geht halt ins Endrein, was soll denn das? Warte, wir machen das jetzt zu, ja? Ah, sie sind da. Ja. Hallo. Poggers. Na, komm ran. So. So. Hab gegen Fisch, okay. Okay, Alp. Du spackst das. Go. Das ging schnell. Hey, was ist das denn jetzt? Ja, richtig ehrenvoll. So muss das sein. Richtig ehre, Walkie. Ja, aber ich hab sowieso gewonnen, von daher geht das klar. Huh? Oh Mann, wer macht denn jetzt hier direkt wieder irgendein Warden-Kack-Song? Aber ich würde sagen, dass das mit der Season, wenn es euch gefallen hat, ist keine Positivierung da. Und, äh, ja, krass. Krass. Dass die ersten Season direkt der Endrein getötet wurde. Hätte ich nicht mit gerechnet. Äh, ja, dann würde ich sagen, äh, danke fürs Zuschauen, wenn ihr selber mitmachen wollt, würde es alles in den archive beschreiben. Und wir sehen uns in der nächsten Season. Bis dann. Ciao. 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 One. Bye.